Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch eingeht's gut. Ihr seid alle gut in diesen sonnigen Sonntagmorgen reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 22.700 US-Dollar. Wir haben gestern nochmal oder heute Nacht einen ordentlichen Push nochmal nach oben hinbekommen. Haben trotzdem noch einige Schwierigkeiten über uns bzw. Widerstände, welche das genau sind. Und was jetzt vor allem für den Weekly Close nochmal entscheidend sein wird, das schauen wir uns im heutigen Video an. Ansonsten, bevor wir starten, lasst das Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. So, wie gesagt, 22.700 US-Dollar. Wir bilden hier eine Art kleine Bull-Flag, wo ich aber ehrlich gesagt immer noch nicht so wirklich überzeugt bin. Also man sieht's hier ganz gut, die Support und Resistance werden gut, sag ich mal, immer wieder getradet. Wir hatten jetzt gestern ein kurzes Low bei ungefähr 21.933 US-Dollar, war in der grünen ersten Box, wo wir drüber gesprochen haben. Und wir haben hier unten nochmal so eine kleine 4-Stunden-Demand-Zone. Die wurde noch nicht angetestet. So, weil jetzt auch das Thema Traders' Reality, also der Indikator jetzt öfter zu Sprache kommen, wollte ich den jetzt auch mal aufzeigen. Sieht man jetzt eher ein bisschen weniger. Diese ganz hellgrünen, dessen Vector-Centen, die sollten normalerweise früher oder später geholt werden. Wir haben hier unten noch eine bei 21.200, 21.300 US-Dollar. So, ich hoffe, ich sag jetzt nichts Falsches. Aber normalerweise heißt es, die werden früher oder später immer wieder geholt. Zumindest bis zum Wochenende oder zum Wochenstart wiederum. So, passt auch ganz gut weiterhin mit unserem Golden Pocket hier unten überein. Wir haben hier unten eine 4-Stunden-Demand-Zone. Wir haben den 200er SMA+. Wir haben diesen Abtrend, der hier unten auch noch liegt. Also, ihr seht, die Confluence ist weiterhin da, weshalb ich weiterhin davon ausgehe, grundsätzlich, dass wir hier auf jeden Fall nochmal runterkommen könnten. So, warum könnten? Wir haben noch einen Weekly Close. Dafür gehen wir mal ganz kurz in den Weekly Chart hinein. So, den müssen wir jetzt erstmal ein bisschen weiter ausfahren. Und da könnt ihr eigentlich ganz gut sehen, ich hoffe, man sieht es, unser letztes High im Weekly war bei ungefähr 22.549 US-Dollar circa. Da sind wir momentan drüber. Und das sehe ich als sehr, sehr wichtig an. Zumindest, dass wir über diesen Kurs schließen. Wir sollten jetzt nicht unbedingt drunter schließen und dann mit so einem riesigen Wick darüber die Woche beenden. Also, entweder wir gehen hier zumindest ein Weekly Close, 22.949 US-Dollar wäre ganz gut, aber nicht da drunter. Weil dann hätten wir im Endeffekt kein wirklich signifikantes Höheres Hoch. Wir hätten zwar einen Wick, der höher ist, aber ein Close wäre schon wichtig, über dieser Höhe zu schließen. Schließen wir da runter, wird wahrscheinlich mein Szenario, um wieder in den 4-Stunden-Chart zu kommen, von unserem Golden Pocket sehr, sehr wahrscheinlich. Ansonsten behalten wir jetzt erstmal die Bullflecke im Auge. Aber ich trade danach momentan nicht. Ich bin jetzt auch weiterhin nur in der Spring-Position Long drin. Die Ethereum Long, kommen wir gleich dazu, ist mittlerweile Close. Stop-Loss-Entry ausgestoppt. Aber wir haben noch die BTC Short. Also, ich habe zumindest nochmal eine BTC Short offen. Die läuft meines Erachtens noch mit minimalem Plus, aber die könnte jetzt auch bald ausgestoppt werden. Aber egal, behaltet auf jeden Fall jetzt mal die Bullflecke im Auge. Traden würde ich sie trotzdem nicht. Ganz ehrlich, also auch wenn wir hier wieder drüber kommen, hier wieder ein Retest sehen, glaube ich immer noch nicht so an die Formation. Ich würde jetzt erstmal den Weekly Close abwarten. Was tut sich in der Zeit, schließen wir heute Nacht oder halt morgen früh, je nachdem, drunter unter diesen 22.500 oder darüber. Plus, wir haben ja auch noch ein CME-Gap, was ja auch noch offen ist, was wir auch noch im Hinterkopf behalten sollten. Ich bin weiterhin eher dafür, dass wir nochmal hier runtergehen. Einfach, weil die Konfluenz hier unten zu krass ist. Wir hier noch einen Pump haben, der noch aufgefüllt werden könnte und diese 4 Stunden die Manti hier auch noch liegt. Werde aber meine Position, ganz ehrlich, aufgrund auch dieser Vector Candle ein bisschen weiter höher schon Einstieg machen. Ungefähr 21.400 US-Dollar. Und dann vielleicht nach unten hin nochmal ein bisschen compounden bis ungefähr 20.500 US-Dollar. Das sind so die Kurse, die ich mir momentan sehr gut vorstellen kann. Und dann vielleicht hier, dass wir dann einen neuen Anlauf starten und dann Richtung 27k gehen. Grundsätzlich bin ich weiterhin dafür, dass wir die 27k sehen. Wir warten jetzt erstmal den Weekly Close ab. Trotzdem weiterhin Vorsicht. Wir sind noch nicht durch das Gröbste im Endeffekt durch. Die grüne Box wird momentan bestätigt als Support. Da, wo wir die Woche im Endeffekt begonnen haben. Trotzdem für mich meines Erachtens immer noch nichts mega ultra Bullisches. Wir warten jetzt einfach ab. Volumen ist auch weiterhin abnimmt übers Wochenende. 200 Bull Flag absolut normal. Trotzdem der Trend wurde gebrochen. Bull Flag jetzt. Und da unten liegt die meiste Liquidität. Sieht für mich eher trotzdem nach Downside aus. So, dann zurück zu Ethereum. Ethereum ordentlich gepumpt jetzt über Nacht wieder. Auch hier haben wir den Trendbruch. Die 4 Stunden E-Mail Ribbons geben weiterhin Support. Wie gesagt, mein Short ist Stop-Loss Entry jetzt ausgestoppt worden. Beziehungsweise Stop-Loss im Gewinn habe ich ja gesetzt. Der ist zu. Ich warte jetzt auch hier auf neue Möglichkeiten. Wir haben auch hier abfallendes Volumen. Was jetzt auch natürlich hier sein kann. Wir versuchen hier nochmal ein höheres hoch zu bilden. Noch eine Bearish Divergence auszulösen. Obwohl der RSI mittlerweile immer noch über 50 ist oder knapp 60. Wir gucken hier unten mal. Könnte schon im 60er Bereich sein. Dass wir nochmal ein höheres hoch bilden. Vielleicht sogar bis in den Monats Pivot R1 gehen in 1735. Und dann die Korrekturwelle nach unten hin sehen. Also das ist momentan immer noch so eine Wahrscheinlichkeit, die ich auf jeden Fall im Kopf habe. 200er SMA liegt jetzt auch im Golden Pocket. Wir haben das Golden Pocket, wie gesagt, da unten. Wir haben hier noch einige Ineffizienzen. Also müssen wir hier wirklich aufpassen, dass wir jetzt nicht hier in irgendeine Bulltrap oder sonstiges oder Beartrap, keine Ahnung, ich verwechsel es glaube ich gerade, reinfallen. Ich bin weiterhin für Downside. Werde hier oben wahrscheinlich dann nochmal eine neue Shortposition eröffnen. Irgendwo in dieser Region werde ich euch auf jeden Fall nochmal ein Update in der Telegram-Gruppe auf jeden Fall da lassen. So. Dann Cardano gestern wie aus dem Nichts endlich mal ein bisschen gepumpt. Auch hier eigentlich wieder schöne Reaktion gewesen. Also wir sind durch den 200er SMA gekommen, gepumpt, fast wieder einen Retest bekommen. Also einen Retest des 200er SMA haben wir noch nicht. Wir schauen auch hier nochmal kurz das Golden Pocket an und wo das bei uns liegt. Haben wir auch noch ein bisschen Downside im Endeffekt zu erwarten oder wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit. Long vom 200er SMA wäre auch eine Möglichkeit. 4 bis 5 Prozent, ihr wisst Bescheid, beim 200er SMA 4 Stunden Chart ist immer eigentlich ein guter Long-Einstieg. Für mich die Bewegung deutlich mehr Volumen bekommen. Wir haben den Peak mittlerweile rausgenommen. Kurzer Blick in den 15-Minuten-Chart. Schauen wir uns auch mal an, wo ist der Volumen-Peak gekommen. Da drüben, der wurde aufgefangen, Volumen deutlich abgenommen. Für mich jetzt auch eher hier ein Short-Szenario, nachdem wir jetzt die Ineffizienzen hier drüben zumindest um 15-Minuten-Chart auf jeden Fall schon mal rausgenommen haben. Für mich eher so ein kleines Short-Szenario, wo ich jetzt auch nicht mehr reinloggen würde. Sogar eher ein bisschen Short positioniert bin. Ich denke mal erster Take-Profit wäre dann sogar hier in dem Bereich der 0,48. Für mich sieht die Bewegung an einem Wochenende auf jeden Fall nicht gesund aus. Deswegen hier eher Short momentan. So, dann XRP. Haben wir immer noch dieses Szenario drin. Lasse ich auch noch mal weiter drin. Auch hier mögliche, ich sage jetzt mal Bull-Flag, wobei die ganze Bewegung nicht wirklich geil ist. Also ihr seht hier keinen wirklichen Bullen-Drang, sage ich jetzt mal. Auch hier ist jetzt nicht unbedingt die schönste Bull-Flag. Deswegen vergesst es vielleicht mal lieber. Abfallendes Volumen. Vier Stunden EMA-Ribbons geben Support. 200 EMA wurde getestet. Aber der 200 SMA verläuft parallel weiterhin zu unserem Abtrend. Und das ist das, was ich auf jeden Fall im Auge behalte. Dann ziehen wir uns mal noch ganz kurz das FIP-Level dazu von der Bewegung. Also ich würde es auf jeden Fall diesem Bereich um 0,34 bis ungefähr 0,33 behalte. Ich behalte auf jeden Fall im Auge für mögliche Long-Positionen. Jetzt renne ich da auf jeden Fall noch nicht rein. Vor allem weil Wochenende ist. Wir wissen nicht, wie der Weekly Close ist. Deswegen weiterhin Vorsicht im Markt. Mehr gibt es momentan nicht zu sagen an sich. Der Markt ist generell relativ positiv. Also wir sehen überall leichte Pluszeichen. Bis auf, ich glaube, Crow müsste ein bisschen ein Minus sein, nachdem da wieder anscheinend Rewards gekürzt wurden oder so. Kommt später noch eine ausführliche Analyse bei CryptoGuru. Schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Marktausblick, Zinsentscheide und Meinung des Binance-CEO. Binance-CEO CZ bekräftigt in einem Tweet am Samstag nachdrücklich einen bullischen Ausblick auf den Kryptomarkt. Der glaubt, dass es Zeit für Biddle statt Hoddle ist, da der Nutzen auf dem Markt wächst. Jo, stimme ich eins zu eins zu. Lest euch den Artikel gerne durch. Werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten gab es gestern noch ein bisschen KuCoin-Fat. Persönlich habe ich dann in die Gruppe geschrieben, ich habe meine Bitcoin zumindest da abgezogen. Altcoins und Low-Caps, die ich da noch rumliegen habe, lasse ich jetzt drauf. Im Endeffekt ist es viel FAT. Man soll jetzt nicht aufgrund so einer News im Endeffekt alles abziehen, aber zumindest mal BTC schadet es wahrscheinlich nicht, einfach mal von KuCoin vielleicht abzuziehen. Aber gut, wird sich zeigen über die nächsten Wochen. FAT gab es schon mal vor ein paar Wochen, dann wurde es dementiert, jetzt wurde es wieder dementiert. Aber gut, muss jeder selber wissen, am besten ist es immer noch Ledger, Bitbox oder was weiß ich, was es noch gibt. So, so viel dazu. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag, morgen Nachmittag zum nächsten Update. Warten wir auf den Weekly Close, was passiert. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.